Hallo, ich bin Andrea hier bei ProKlima auf dem Seminar und wir haben hier echt schon einige Sachen bearbeitet, aber ich muss sagen, ich bin noch total fit. Ich habe überhaupt gar keine Kopfschmerzen, müsste der Kopf zerplatzen, ist nicht der Fall. Und wie ich sehe, alle Teilnehmer, wir sind hier zu sipp, sind total fit. Und woran das liegt, das ist hier, ProKlima hat hier eine Lehmwand. Und Lehm ist super gut, gleicht die Luftfeuchtigkeit aus und die Temperatur. Hier ist so eine Luftfeuchtigkeit, dass ich keine trockene Nase habe. Mir geht es dadurch, also auch kein Schnupfen oder so, geht es richtig gut. Und der Nutzen, den man an Lehm hat, ist einfach ein gesundes Wohnklima, dass das Raumklima gesund ist. Und dadurch ich auch krankheitsmäßig, mir super, es auch lange frisst, sehr gut geht. Und wenn ihr da noch weitere Informationen haben wollt, dann guckt doch mal auf www.dachreiter-gmbh.de. Da gibt es dann auch ganz viele Infos drüber. Ciao.